so schön stehen bleiben mit ihrem personal ausweisung ihre versicherungskarte sehen raus den scheiß bitte sehr oft ausweisend abgelaufen hat keine versicherungspapiere bei alkohol in ordnung ich werde nur mal schauen ob sie unter alkohol einfluss stehen bestimmt aber es geht noch wie du aussitzt kannst du gleich weiterfahren ich muss nur eine probe nehmen um zu bestimmen ob sie unter dem einfluss illegale substanzen stehen okay dann lege ich dir schon mal handschellen an erst mal handschellen betäubungsmittel drohung sie sind wegen fahrends unter dem einfluss von cannabis festgenommen bitte gehen sie auf den bürgersteig so dann einmal verstoß bestrafen fahrer personal ausweis abgelaufene strafkette es kommt ja noch besser es kommt ja noch taus mal besser es wird noch teuer so fahrer hier ist ein strafzettel wegen fehlens einer gültigen versicherung so sie vermiesen mir den tag eigentlich nur nicht das kommt ja noch besser so qualm der auspuff hier ist ein strafzettel für einen qualmenden auspuff das wird zwischen 300 und 400 dollar kosten da geht ja gleich richtig an die decke bevor ich den griff an mir transport suche mache ich meine fahrzeug durchsuchung illegalen gegenstand gefunden ja was denn schön dass du mir nicht sagst was du gefunden hast und du musst abgeschleppt werden schicken sie mir einen abschleppwagen an meine aktuelle position und jetzt kommt natürlich der höhepunkt doch gott ich komme gleich ich habe sie wegen ihrer unterboden beleuchtung angehalten ich habe sie wegen ihrer unterboden beleuchtung angehalten rieche alkohol einmal aussteigen bitte steigen sie aus und kommen sie auf den bürgersteig ja kannst du mal stehen bleiben so führerschein mit ihren ausweis und die fahrzeugversicherung klar so da ist die verstärkung ok ok unterlagen sind erstmal so weit in ordnung aber wie sieht es denn damit aus jetzt ja in ordnung ich werde nur mal schauen ob sie unter alkohol einfluss stehen ist in ordnung und drogen ich nehme eine probung zu sehen ob sie vor der fahrt betäubungsmittel genommen haben super dann bleibt jetzt eigentlich nur beim fahrzeug unterboden beleuchtung weil ich nun mal nicht mündlich verwahren weil sie freundlich war sie war nicht aufdringlich sie war nicht irgendwie sonst was alles um sie durch korrekt verhalten dass sie mag ich eine mündliche verwahren gutes verhalten sollte sich ja auch lohnen hat defekte rückdichter fern sie an den straßenrand der fahrer hat angezeigt dass er nach einem parkplatz sucht ja weiß ich jetzt und wie oft willst du es noch sagen na dann sagt mir das noch öfter so die andere muss erstmal abgeschärbt werden gut agieren die strafzette parko abgelaufen wenn schon denn schon so wie sieht es denn jetzt bei dir aus bei dir gut bei dir abgelaufenes kennzeichen so ich mache ja heute echt nur verkehrskontrollen ich komme ja nicht großartig weg gut ich lasse euch mal weil ich möchte noch ein bisschen was sehen von der stadt da kommt doch irgendwie kein abschlappwagen so irgendwie ungefähr so gut glück gehabt scheint zu schnell zu fahren ich hoffe vorne wird es jetzt rot ich hoffe es wird nicht grün bevor ich jetzt hier scheiße mensch das war jetzt aber scheiße ich hoffe einfach mal hinterher dann sehen wir nämlich noch etwas von der schönen gegend hier es sind ja eigentlich ein bisschen grün ja nicht das hier ist aber cool ich glaube ich habe einen unfall gehört da so unfall das ist doch mein liebstes hier ich habe hier eine verletzte person ich brauche einen rtw führerschein fahrzeugkontrollen wenn möglich den versicherungsschein bitte das ist meine neue darstellerin die habe ich noch gar nicht gesehen ist die das ist die doch nicht können sie mich hören wir schauen nur nach ob sie unter alkoholeinfluss stehen okay das kann sie doch gar nicht sein ich mache nur einen drogentest ich nehme nur eine probe um zu prüfen ob sie unter drogeneinfluss gefahren sind ich habe vergessen zu blinken es tut mir leid gut dann einmal hier das auto hat nicht weiter der sagt aber hier bestimmt gesprungene windschutzscheibe falsche keinen blinker gesetzt okay dann bist du auch noch dran aber erst mal meine fotos drei drei vier können sie aufstehen und zum krankenwagen gehen ja ich glaube ich kann gehen dann zeig dich mal von der schönen seite hier liebes auto ach da vorne ist auch noch einer der hier okay na dann haben wir gleich drei leute zum befragen f so können sie mir sagen was sie gesehen haben es tut weh ich war vielleicht etwas schnell tut mir sehr leid okay den hier führerschein und fahrzeugschein bitte ja klar bitte sehr officer super na bei dir scheint sie zu stimmen dann einmal den drogentest einen alkoholtest ich werde nur mal schauen ob sie unter Alkoholeinfluss stehen ich bin dein vater i lalalalalalove you i lalalalalalove you yes i do